Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einem neuen Teil in der Serie Kurz Erklärt. Heute geht es sich um die Bakterienblüte. Ja Leute, Bakterienblüte. Ihr merkt, wir bleiben so ein kleines bisschen in der Schiene, hier und da, in der Biologie, wo ich nicht ganz so firm bin, aber ich versuche es trotzdem. Ich versuche es euch so einfach wie möglich zu erklären. Ja, Thema Bakterienblüte. Bakterienblüte tritt immer dann auf, wenn, ich sage jetzt mal ganz doof, Angebot und Nachfrage so dermaßen übereinstimmen, dass die Bakterien sich dementsprechend so schnell vermehren, dass wir milchiges, trübes Wasser kriegen, wir kriegen Belege auf den Steinen. Und was das im Endeffekt alles macht, was es verursachen kann, ob das gut ist für unser Aquarium, ja oder nein, da kommen wir dann jetzt mal der Reihe nach zu. Gehen wir erstmal davon aus, was löst eine Bakterienblüte aus? Grundsätzlich, wie eben schon gesagt, Angebot und Nachfrage. Angebot ist in dem Fall entsprechendes Grundmaterial an Futter für unsere Bakterien. So, dieses Futter kann in vielfältiger Form in unser Aquarium eingebracht werden. Bewusst und unbewusst. Gehen wir erstmal auf die Bewussten ein. Punkt 1 wäre, ich sage jetzt mal, wir starten ein neues Aquarium und wir gehen hin, bringen ein Bakterienprodukt ein, was auch immer. Und da steht dann natürlich dabei, die Bakterien müssen gefüttert werden. Gut, dann gehe ich hin, nehme das entsprechende Futter für diese Bakterien, damit die Bakterien sich erstmal in meinem Becken ansiedeln können. Kann man so machen. Bin ich kein Freund von. Das wisst ihr aber auch und auch von dem Projektbecken habe ich euch gezeigt, dass es auch anders geht. Dass man das selbst, wenn man komplett tot startet, nicht unbedingt Bakterienprodukte braucht. Und dass selbst dann, wenn man sie nicht einbringt, so wie ich das gemacht habe, auch Probleme mit Bakterien bekommen kann. Hat so ein kleines bisschen was zu tun, was ich an Material einsetze, was ich an Gestein einsetze, Keramik, Eporif etc. pp. Das sind alles Faktoren, die sich auf unseren Bakterienhaushalt niederschlagen können. Jetzt ist es im Endeffekt so, dass wenn ich Bakterien in ein System einbringe, dass es eine Größe in meinen Augen ist, die ich nicht wirklich kontrollieren kann. Ich bringe Bakterien ein, zu einem einzigen Zweck, um meine Nitrifikationsketten in Schwung zu kriegen. Das heißt also, dass mein Ammonium, Ammoniak, Nitrit, Nitrat etc. pp. Dass das Ganze dann in Schwung kommt. Das ist der ganze Hintergrund. Wir wollen Biologie aufbauen. Und die Biologie, die wir dann einbringen, in Form dieser Bakterien, findet das natürlich auch toll, findet Siedlungsfläche. Und wenn wir dann die Problematik haben, dass tatsächlich zu viele Nährstoffe da sind oder Futter da ist für diese Bakterien, dann können wir das relativ schlecht kontrollieren. Oder sagen wir mal so, es ist schwer zu erkennen. Es ist nicht so einfach zu bekämpfen. Aber das versuchen wir jetzt gleich mal der Reihe nach noch weiter auszubauen. Also Bakterien, die ich einbringe, muss ich auch in irgendeiner Form unter Kontrolle versuchen zu halten. Wenn sie jetzt entsprechendes Material bekommen, in Form von Futter. Die Bakterienprodukte haben meistens dann auch das entsprechende Futter dabei. Und bis sie dann selber entsprechendes Futter im Becken vorfinden, dauert es ja noch ein bisschen. Weil wir müssen ja Material in irgendeiner Form einbringen, was die Bakterien da umsetzen können. Also sprich, ich muss, ich sag mal, Tiere dann haben, die Dreck verursachen. Schnecken, Einsiedler, Fische. Die verursachen den entsprechenden Dreck. Diesen Dreck, Detritus, Abfallstoffe, wird dann dementsprechend von unseren Bakterienstämmen, die dann da sind, natürlich umgesetzt. Habe ich jetzt dementsprechend zu viel Material eingebracht in Form von Futter für die Bakterien. Und dieses Futter, da komme ich jetzt gleich noch zu, ist meistens auch die Problematik, die dann diesen Bakterien, ja diese Blüte dann im Endeffekt hervorruft. Futter für Bakterien, was ist das? Einerseits, wie schon gesagt, sind es die entsprechend beiliegenden Futtermittel in Form, in flüssiger Form, die wir bei den Bakterien natürlich dazugeben müssen am Anfang, um sie am Leben zu halten, weil natürlich unser Becken erstmal tot ist. Im weiteren Verlauf sind es sogenannte Booster. Da gibt es von so vielen Firmen die entsprechenden Mittelchen, die im Prinzip alle auf einem und dem gleichen Prinzip basieren. Sie gehen hin und füttern unsere Bakterien. Sie regen unsere Bakterien zur Vermehrung an. Das ist hier und da in einem funktionierenden, eingelaufenen Becken vollkommen in Ordnung und da auch recht gut zu kontrollieren. Habe ich aber ein frisches System, was noch keinerlei Stabilität hat, kann sowas ganz schnell umschwenken. Auch in einem bestehenden System, was übrigens, ja, in einem bestehenden System, was länger schon läuft und einigermaßen stabil ist, kann es auch zur Bakterienblüte kommen. Die entsprechenden Faktoren komme ich gleich zu. So, dieses Futter, was im Endeffekt, wovon die Bakterien leben, sind sogenannte Kohlenstoffträger. Kohlenstoffträger sind in sehr, sehr vielen Dingen drin. Das fängt an beim guten alten Wodka, sprich mit der Wodka-Methode. Da haben wir übrigens auch das größte Problem damit, dass eine Bakterienblüte entstehen kann. Und dann geht es weiter in den Bereich Booster. Da haben wir teilweise Ethanol etc. und sowas. Das sind auch alles Kohlenstoffträger, die unsere Bakterien dann anregen, mehr umzusetzen, sich zu vermehren und somit dann unsere Nährstoffe gesenkt werden. Das ist erstmal soweit okay. Übertreibt man das Ganze, kommt es zur Blüte. Und diese Blüte kann uns einiges kaputt machen. Zum Kaputtmachen kommen wir gleich. Wir gehen noch ein kleines bisschen auf das Futter ein. Das, was wir aktiv ins Becken reinpacken, ist ja in einer gewissen Form kontrollierbar. Und kann ich ja dann dementsprechend auch ohne Probleme wieder absetzen. Habe ich aber jetzt Kohlenstoffträger, die über Aerosole in meinen Becken eingetragen werden. Durch die Oberflächenbewegung. Durch den Abschäumer. Dann wird die Sache schon interessant. Und zu diesem Bereich gehören unter anderem auch die Desinfektionsmittel. Da ist Alkohol drin. Alkohol ist ein Kohlenstoffträger. Unter anderem. Dann gibt es Duftöle und Kerzen, die sowas auch in den Raum reinbringen. Die entsprechenden Aerosole. Meistens sind es Duftöle. Und das wird dann in unser Becken, wenn ich jetzt einen kleinen Raum habe oder einen kleineren Raum und habe dann dementsprechend meinetwegen, ganz doof gesagt, den Desinfektionsspender neben dem Becken stehen und benutze ihn oder habe eine Sprühdose, entstehen Aerosole. Diese Aerosole werden mit ins Becken eingetragen. Über die Luft, über den Abschäumer. Und können in dieser Form auch zu einer Bakterienblüte führen. Und das sind Faktoren, die ich mir, ich sage es mal, auch mal bewusst machen muss, dass sie das Ganze mit beeinflussen können. Da denkt man, ja, Duftkerze oder Duftöl hier von meiner Frau, das kann es nicht sein. Doch, das kann es auch sein. Und genau das muss man im Hinterkopf behalten. Ja, kommen wir zu dem Punkt, was richtet eine Bakterienblüte bei mir im Becken an? Und wie kann ich sie gegebenenfalls frühzeitig erkennen? Fakt ist, ich sage mal, im schlimmsten Fall, im Worst Case, habe ich ein trübes Becken. Ich habe schleimige Belege an der Scheibe, auf dem Gestein. Und wahrscheinlich sind meine Fische eingegangen oder meine Tiere. Aufgrund von Sauerstoffmangel. Diese Bakterienblüte zehrt extrem an den Sauerstoffwerten. Und das kann man im Vorfeld bei den Fischen dann auch schon beobachten, dass sie extrem kurzatmig sind. Und da liegt eigentlich die Problematik, sowas zu erkennen im Vorfeld. Weil wenn ich kurzatmige Fische habe, kann das genauso gut auf eine Ammonium-Ammoniak-Vergiftung hinweisen. Heißt also, wenn ich sowas in meinem Becken sehe, gehe ich als allererstes hin und prüfe erstmal meinen Ammonium-Ammoniak-Spiegel. Den ich an dem entsprechend ausrechnen muss, mit dem pH-Wert etc. pp. Ist ein anderes Thema. Aber das ist Grundlage Nummer 1 dann, um auszuschließen, okay, aus der Richtung kommt es nicht. Dann kann man sowas daran sehen, dass es langsam, aber sicher anfängt, dass es an den entsprechenden Bereichen, an der Scheibe etc. zu weißen Belegen kommt. Extrem sieht man sowas an Filtersocken oder allgemein an Plastikteilen. Ganz besonders bei einem Neustart von einem Becken mit Epo-Reef zum Beispiel, ist es ganz wichtig, dass man sowas im Auge behält. Und auch dann dementsprechende Maßnahmen zur Verfügung stehen hat und dann einzusetzen. Komme ich gleich noch drauf. Dann sieht man, wie so ein kleiner, leichter, weißer Pflaumen auf dem Gestein drauf ist. Bei normalen Gesteinen ist es relativ schlecht zu sehen. Bei bemalten Gesteinen, ich sage es mal, anders bemalten Gesteinen, in den entsprechenden Farben, kann man sowas schon besser sehen. Das kann man aber noch leicht dementsprechend wegpusten. Das ist noch so ein Bereich, da ist es noch nicht schlimm. Aber spätestens dann, wenn man sowas sieht und das Wasser leicht anfängt trübe zu werden und man weiß nicht, wo es herkommt, dann ist in meinen Augen höchste Eisenbahn, dann muss man dementsprechend zu Maßnahmen greifen. Kommt es erstmal so weit, dass das Wasser wirklich von dem einen auf den anderen Tag, weil die entsprechenden Grundlagen an Futter da sind, in fälscher Form auch immer, zu einer Blüte kommt, kann es ganz schnell passieren, dass das Becken kippt, dass kein Sauerstoff mehr da ist, dass unsere Fische eingehen, dass unsere Tiere eingehen und im Nachhinein kommt es dann auch zur Schädigung unserer Korallen. Ja, und um das zu vermeiden, muss man natürlich immer ein bisschen ins Becken reinschauen, ein bisschen schauen, wie sieht es generell aus und dementsprechend beobachten. Kommen wir jetzt zu dem Punkt, wie kann ich es am besten bekämpfen. Die Bekämpfung einer solchen Bakterienblüte ist natürlich erstmal Ursachenforschung. Wo kommt es her? Was habe ich getan? Wenn ich weiß, okay, ich habe Bakterienprodukte hinzugegeben, ich habe die Bakterien in irgendeiner Form gefüttert, dann stelle ich das natürlich erstmal ein. Gleiches Spiel gilt für die Wodka-Methode. Wenn ich dementsprechend mit der Wodka-Methode gearbeitet haben sollte, dann sollte ich natürlich auch erstmal die Zuführung des entsprechenden Stoffs, also sprich des Wodkas, einstellen. Also Futter entziehen. Punkt eins. Punkt zwei ist, ich sollte nach Möglichkeit immer, und das habe ich jetzt aus Erfahrung auch gelernt, immer nach Möglichkeit schauen, dass ich eine UVC zur Verfügung habe. Sie lässt sich mal schnell einsetzen, und gerade bei einer Bakterienblüte ist das eine sehr gute Maßnahme, um dagegen anzukämpfen, um die Bakterien, die im Freiwasser drin sind, zu bekämpfen. Was da in Verbindung auch sehr gut mithilft, ist das Thema Ozon. Da verweise ich noch einmal auf ein separates Video, weil Ozon ist ein Gift, und wie man damit umzugehen hat, habe ich woanders erklärt. Also Einsatz UV, Einsatz Ozon ist definitiv hilfreich. Teilwasserwechsel heißt jetzt aber nicht, dass es ausreicht, das normale Wasser rauszunehmen, durch Neues zu ersetzen und gut ist. Nein, ich sollte nach Möglichkeit hingehen und die Belege auf dem Gestein, auf den entsprechenden Bereichen an der Scheibe etc. pp. versuchen zu entfernen. Also sprich abzusaugen, um einen Teil der Biomasse noch zusätzlich schon wieder zu entfernen. Weil das, was im Freiwasser ist, das kann ich mit einer UVC bearbeiten. Das, was auf den Steinen sitzt, kommt im Endeffekt, ein kleines bisschen wird es bearbeitet durchs Ozon. Diese entsprechenden Bakterienstämme, die auf festen Bereichen drauf sitzen, sind schwerer zu bekämpfen, als wie die im Freiwasser. Das heißt, ich könnte rein theoretisch einen großen Wasserwechsel machen, dann habe ich aber im Prinzip auch wieder einen Neustart. Wenn ich jetzt meinetwegen, ganz doof gesagt, mal 80% Wasser rausnehme. Aber wer macht denn das? Also machen wir nicht. Wir gehen hin, machen den Wasserwechsel, indem wir dann auch mit dem Schlauch übers Gestein, über die Scheiben oder beim Scheibenputzen den Schlauch dran vorbeiführen, dass dann dementsprechend das Material mit abgesaugt wird und die Gesamtbiomasse im Becken reduziert wird. Das ist der Plan dahinter. Das ist, wie gesagt, nur im Zusammenspiel mit einer UVC bringt das Ganze was. Oder dann halt, wer möchte, kann auch noch gerne Ozon dazu zuschalten. Beides im Verbund ist natürlich das Effektivste. Aber ein reiner Wasserwechsel alleine bringt nichts. Er reduziert zwar in dem Moment das Angebot an Kohlenstoffträgern, die wir haben, aber gleichzeitig ist auch wieder Platz für Neues da. Also sollte ich, wie gesagt, hingehen, Kohlenstoffträger reduzieren, also Futter reduzieren, dafür sorgen, dass entsprechende Bekämpfung eingeleitet wird und mit den entsprechenden Mitteln dann dagegen vorgegangen wird. Ja, ihr seht selber, das mit der Bakterienblüte kann ganz schnell nach hinten losgehen. Das ist unter anderem auch ein Grund, warum zum Beispiel diese Wodka-Methode, einerseits funktioniert sie ja, klar, richtig, wenn man sie richtig kontrolliert durchführt. Aber einfach nur Futter reingucken, was passiert, ist schon in meinen Augen gefährlich. Weil man fährt zum Beispiel bei dieser Methode, geht man ja hin und geht bis kurz vor diese Algenblüte, Bakterienblüte, und reduziert dann wieder den Futteranteil, um diesen Balanceakt dann zu halten, damit man dementsprechend mit seinen Nährstoffen weit nach unten kommt. Das funktioniert, aber da muss man tierisch bei aufpassen. Und wenn man jetzt in einer Umgebung unkontrolliert, ich sag es mal, Booster reinpackt, oder durch eine dritte Partei oder von extern dementsprechend Booster eingetragen werden, die wir so nicht kontrollieren können, dann kann es natürlich zur Blüte kommen. Und das sind Faktoren, die wir natürlich auf dem Schirm haben müssen. Grundsätzlich gehe ich hin, ich habe jetzt im großen Becken sowieso immer eine UVC mitlaufen, das hat aber den Hintergrund, dass ich den Japonicus da drin habe. Der braucht das. Ansonsten wäre der wahrscheinlich weiß. Nicht von Bakterien, sondern von Pünktchen. Somit habe ich sowieso meinen entsprechenden Stamm, Grundstamm an Bakterien, halte ich definitiv klein. Aber auch selbst bei mir kann das dementsprechend passieren. Ich habe es jetzt neulich gehabt, wollte ich noch kurz darauf eingehen. Da hatte ich einen entsprechenden Peak, bin auch hingegangen und habe einen entsprechenden Booster eingesetzt, der wunderbar funktioniert hat. Also es ist dementsprechend, ich habe auch keine weißen Belege oder sonst irgendwas im Aquarium oder sonst im Technikbecken gesehen. Das hat wunderbar funktioniert. Der Booster hat mir meine Nährstoffe nach unten gedrückt und dann war es wieder gut, weil ich nämlich wieder im Vorfeld zu faul war zum Spülen. Ja, Ende vom Lied war aber, es gibt auch Bereiche bei mir im Aquarium, die halt abgeschlossen sind oder abgeschlossener sind als das Gesamtsystem, wo zum Beispiel eine UVC beziehungsweise Ozon nicht hinkommt. Zum Beispiel der KH-Keeper. Da hat sich dann aufgrund dieses Boosters haben sich dann auch da vor Ort zwischen den Messungen immer wieder Bakterien gebildet. Die haben sich auf die Sonde gesetzt, die haben sich aufs Glas gesetzt. Das ist dann so nach und nach über den Verlauf von der ganzen Woche ist das Ganze entstanden. Die Messungen sind fehlgelaufen. Nicht signifikant, sondern ein halbes DKH war es zum Schluss. Was kann man verschmerzen, ist nicht weiter schlimm. Aber im Endeffekt war das ein hausgemachtes Problem durch die Fütterung, die ich im Endeffekt dort mit dem entsprechenden Booster gemacht habe. Also sowas muss man dann auch im Blick halten. Ja, wie gesagt, Bakterien, Blüte, dumme Sache. Auf gut Deutsch gesagt. Man kann übrigens auch, fällt mir gerade noch ein, müsste ich noch nachreichen, wenn tatsächlich the worst case entstanden ist, dann, und die Fische sind noch nicht über den Jordan, dann kann man natürlich auch hingehen und oben einen Belüfterstein noch zusätzlich mit reinbringen, um Sauerstoff mit ins Becken reinzubringen, damit die Tiere dementsprechend überleben. Aber okay, das jetzt nochmal so kurz hinterher. Alles in allem, Bakterienblüte ist eine ganz dumme Geschichte und wünsche ich keinem. Dementsprechend haltet die Augen auf, schaut in eure Becken rein. Jetzt zur Weihnachtszeit, sag ich jetzt mal, oder zur Winterzeit, ist es ja auch so, dass die Räume schlechter gelüftet sind. Da kann sowas auch relativ schnell wieder passieren. Und dementsprechend haltet das im Auge. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr auch. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video erschaut. Bis zum nächsten Mal. Euer Weibach. Bis zum nächsten Mal.